Pilzfreunde, ich möchte gerne auf ein Feedback eingehen, wo es sich gewünscht wurde, den, ich zeige Ihnen hier, langstieligen oder auch den kurzstieligen Knoblauchschwindling etwas näher zu beschreiben. Und das sind ja nun wirklich Pilze. Ihr wisst, ich habe einen Sammelauftrag von meiner Frau, die man herrlich trocknen kann und wunderbar als Wirzpilze einsetzen kann. Also mein primäres Interessengebiet. Ich mag Wirzpilze furchtbar gern und gern möchte ich sie euch vorstellen. Nun, im Moment sind die ganz gut zu finden. Und zwar kommen sie natürlich wunderbar vor im Laubwald. Gerne an vergrabenen, toten Buchenästen oder auch, ja, bevorzugen sie schon kalkreiche Böden. Das sind Pilze, die Folgezersetzer sind. Das heißt, wenn ich die rausmache, sieht man das auch gut. Da hängt allerhand kleine Holz dran, aber auch insbesondere Blätter und hier bei uns die Buchenblätter. Und die bilden so ein richtiges Mycel, was richtig die Blätter mit hochhebt. Sie kommen im Frühsommer vor oder auch im Spätherbst. Und bei uns beginnt so langsam der Herbst und da treten die relativ häufig auf. Manchmal in großen Massenvorkommen, manchmal so ein bisschen vereinzelt, wie noch im Moment. Aber ein paar Hände voll zu sammeln im Laubwald, keine große Sache. Mache ich jedes Mal. Ihr seht das immer wieder in meinen Videos. Ich nehme die mit. A, um sie ins Essen zu tun. B, um sie zu trocknen. Und deswegen gehen wir mal darauf ein. Also, hier der langstielige Knoblauchschwindling oder auch seitenstieliger Knoblauchschwindling genannt. Er heißt auch stinkender. Manche nennen ihn Knoblauchspilz. Alle möglichen Namen. Also es gibt da einen Wirrwarr an Namen. Nennen wir ihn am besten langstieligen Knoblauchschwindling, wie auch in der Literatur so beschrieben. Das ist ein essbarer Pilz, der scharf ist. Das ist ein Gewürzpilz. Und der intensiv und extrem nach Knoblauch riecht, wenn man den abmacht. Ich zeige das ja immer wieder. Ich ziehe den raus. Dann gucke ich mir den schwarzen Stiel an, vergewissere mich, dass es ein Schwindling ist und prüfe den Knoblauchgeruch. Und wenn man nur unten sozusagen den Rest vom Mezill trennt, riecht man das sofort. Also Geruch knoblauchsartig, sehr intensiv. Geschmack ebenfalls knoblauchsartig, scharf. Und hier nochmal meine Warnung. Kennt ihr euch mit Pilzen nicht aus, probiert Pilze bitte niemals einfach so, sondern nur nach Rücksprache und Freigabe mit einem Pilz-Sachverständigen oder auch den Kollegen der Pilzkontrolleure. Ja, zum Hut. Der ist 2 bis 8 cm groß, im Extremfall 10 cm, wenn sie richtig alt und groß sind. Ich sehe die meist hier so mit 2 bis 3 cm. Der ist so hellbraun, fällt ganz gut auf. Lederfarben, Ockergrau und so ein bisschen runzelig, wenn man sich das anschaut. Also ich sehe den so als leichten grauen Punkt im Wald, könnte man sagen. Der ist leicht durchscheinend, gerieft auch der Hut. Nun zum Fleisch, das ist dünn, grau-beige, ja weißlich würde ich sagen, nicht? Da ist natürlich nicht viel dran. Muss ja auch nicht, ist ja ein Würzpilz. Der Stiel, unterschiedlich. Also wir sehen bei den langstieligen Varianten meist 6 cm und deutlich mehr, also bis 20 cm im Extrem, gern so 10, 12 cm. Ja, der ist dünn, nicht? Also wir sehen so etwas wie 5 mm, mag er hohl sein, mag er dick sein. Er ist schwarz und zwar unten auslaufend besonders, aber richtig deutlich schwarz zu erkennen. Manchmal auch etwas dunkelbraun und unten dann zum Ende hin schwarz auslaufend. Ja, wenn er jung ist, ist oben zur Spitze hin noch der Stiel heller. Später dann, wenn er etwas größer ist, wird er dunkel. Er ist so hornartig, durchaus hart, faserig, irgendwie manchmal gebogen, nicht so wie eine Gitarrenseite. Er ist bereift, wenn er euch das anschaut und hohl. Er ist schlank, also nicht dick oder bauchig, einfach nur ein schlanker, dünner Strich und zylindrisch. Also ich finde persönlich, die Basis ist oft striegelig-filzig und oft ist er richtig fest, ich habe das erwähnt, verwurzelt mit dem Totholz. Wenn er den rauszieht, da kommt da richtig die Materie mit. Die Lamellen, nun schauen wir uns das mal an. Die sind weißlich-cremefarben, hellgelb, ich finde sie schmutzig-weißlich, schmutzig-gelb persönlich. Und manchmal dann aber auch ins Graubraune gehend. Die sind schmal am Stiel angeheftet, ich hoffe man kann das so ein bisschen sehen, und haben Zwischenlamellen. Wichtig ist zu schauen, wenn er alt ist, ist er gezahnt, wellig und die Schneiden sind glatt. So, Vorkommen habe ich erwähnt, insbesondere bei uns im Laub, ja Buchenwald und im Eichenwald sehe ich die wirklich häufig. Gattungsschwindlinge, das ist klar, erschließt der Name. Und wenn man jetzt mal schaut, es gibt halt, man kann die vergleichen, nicht? Es gibt auch den großen Knoblauchschwindling und der ist brennend scharf, der ist kleiner und der wächst auf den Blättern sozusagen, nicht? Und der seitenstielige Knoblauchschwindling, der ist weniger scharf, erträglich scharf und wächst auf Totholz. Nun, ich mache da keine großen Unterschiede, muss ich ehrlich sagen. Die Verwechslungsgefahr, ich habe es schon erwähnt, jetzt mal die Pilze, mit denen man ihn verwechseln kann. Da wäre der große Knoblauchschwindling, gerade erwähnt, deutlich schärfer, brennend und gern auf Blättern, das ist hier der Fall. Oder eben auch dann verschiedene andere Schwindlingsarten, wie der echte Knoblauchschwindling, der violette Schwindling, ja, der Waldfreund möglicherweise, der Waldfreund-Rübling, der hat aber keine schwarzen Stiele. Und der Nelkenschwindling, der allerdings auch keine schwarzen Stiele hat. Also nochmal, erschließt ihr euch neue Pilze, stellt sie bitte, hier sieht man ein junges Exemplar, nicht? Oben noch nicht schwarz. Stellt sie bitte den Pilzberater vor, dass ihr auf der sicheren Seite seid. Thema, man muss natürlich schauen, die Besonderheiten, nicht? Der seitenstielige oder langstielige Knoblauchschwindling, der sollte als Wirtspilz nur etwa, ja, in wenigen oder in ganz kleinen Mengen eingesetzt werden, weil er eben aufgrund seiner Magen-Darm-Giftigkeit vorsichtig zu dosieren ist. Der ist deutlich schärfer, brennend schärfer. Wenn wir die Pilze verwenden, vielleicht auch ein Hinweis dazu, dann werden wir sie verwenden und praktisch mit in die, ja, meistens Suppe tun oder in die Gerichte, so wie sie sind, oft getrocknet und dann wieder entfernen. Das heißt, wir essen die nicht mit. Und dann kann man eine gewisse Magen-Darm-Giftigkeit tolerieren. Das heißt nicht, dass man diese Pilze als Gericht essen darf, dass man die in großen Mengen essen darf. Wirtspilz meint, trocknen mit ins Essen, raus aus dem Essen, einer, vielleicht zwei, mehr nicht. Also, maximal kann man sagen, ein Kopf auf etwa 1000 Gramm Mischpilze. Also so einer pro Kilo, einer an einem Braten, das ist kein großes Problem. Okay, Stiele sind ohnehin nicht essbar, unbrauchbar, außer man macht Pilzpulver draus. Das machen wir explizit nicht, da wir die Pilze wieder entfernen möchten aus unserem Essen und nur den Geschmack mitnehmen wollen. Nun aber nochmal zurück hier zu den Knoblauchschwindlingen. Der langstielige Knoblauchschwindling, das ist wie gesagt ein durchaus essbarer Pilz. Achtet darauf, dass ihr sozusagen den langstieligen Knoblauchschwindling erkennt und danach schaut mit einer Wertigkeit, ja, die vernünftig ist, so irgendwo bei zwei. Wir nehmen die nur als Würzpilz, wir essen die nicht mit. Und das ist für mich ein wirklich toller, fantastischer Würzpilz. Im Moment in Mengen zu finden im Wald immer wieder größere Massen vorkommen. Also, das lohnt sich wirklich mal danach zu schauen. Vielleicht kann man dazu noch ein paar Anekdoten sagen. In Frankreich wird der Pilz sehr gerne in der gehobenen Küche verwendet, in der Haute Cuisine. Und ja, da ist er schon was Besonderes. Getrocknete Knoblauchschwindlinge können durchaus ähnlich teuer sein wie Drüffel. Aber ihr könnt euch vorstellen, da ist auch nicht viel dran, wenn man das mal trocknet. Und zur Dosierung und zur Giftigkeit und zur deprennenden Schärfe habe ich ja bereits was gesagt. Also, Thema Würzpilze ist eins, nimmt man zum Würzen, nicht zum Essen oder Mitessen. Also, für mich ein toller Pilz und ich finde die richtig gut. Also, wenn es euch gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und den Kanal abonniert. Und wir verabschieden uns mit diesem schönen Pilz und schönen Bild. Bis bald im Wald und hier nochmal einfach zum Genießen. Wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch von dir und über ein Abo unseres Kanals Unglaubliche Pilze. Weiterhin haben wir noch viele spannende Videos für dich vorbereitet. Diese findest du unter folgenden Playlists. Viel Spaß beim Anschauen. Bis bald im Wald. Bis bald im Wald. Vielen Dank.